Ich esse gerade. Hallo und herzlich willkommen. Ja und weiter? Bei Tactical Teamfight. Teamfight Tactics, ja, weiter. Oder so. Mit dabei haben wir die Angie. Hi. Und den Fearscream. Und natürlich mich. Die Beste in der Runde. Mhm. Ich spiel jetzt hier wieder mit den zwei Kackboons, Alter. Aber ist egal, die ist aufgenommen. Oh, das hat mich verschluckt. Achso, haben wir ranked an? Ja, ne? Ja, natürlich. Ich muss ja mal nachfragen. Ja, ich muss ja nachfragen. Okay, einen Eisentypen. Einen nicht gerateten. Zwei ganz schlechte Silber. Ey. Ey. Mittlere Silber und ein, der Silber 1 ist. Naja. Kann ja was werden. Ich bin aber noch bei 95%. Ja. Bist du auch nicht gerade höher als wir? Also als den hier unter dir? Doch. Eins. Ich bin Gold. Gold. Goldi, Goldi. Noch, Schatz. Sag mal, ist bei euch auch 95? Ja. Ist bei euch auch 95? 98? Okay, jetzt geht's voran. Ich seh gar nichts. Das gut, dann bist du schon mal raus. Kann schon mal nicht letzter werden. Das war ein, nein, ich meine, ich seh gar nicht wie viele Prozent, weil ich spiel ja auf dem Fernseher und das ist bitte ausgedehnt, da sieht man nicht alles. Achso, ist ja professionell. Ich bin ja auch mal gar nicht nachleveln, muss bis zum nächsten aufstellen. So, das ist natürlich hart. Nö, ich bin ja oft damit erster geworden, also daher. Ja, wie ich dachte, ich bin da mal kommt, du? Ah, das Stück. Das mein Jorgel? WM, mir klaut dich jemand die Lulu. Nein. Ach, meiner. Au, mit einem Löffel in einem Varus wäre mir natürlich noch lieber gewesen. Mann, was habe ich denn jetzt? Z, das ist echt ein D. Z ist ganz cool. Z hat ich gebraucht, Fett, mir kann ein Marathon unter zwei Stunden laufen. Irgendwann ist doch jeder Rekord geknackt, oder? Man kann auch nicht immer besser werden. Na, anscheinend ja schon. Ein bisschen stoffi und dann geht's ab. Ja, aber irgendwann läuft der Marathon in einer Minute, oder was? 100 Kilometer. Der läuft schneller als ich nur Autofahrer. Auf jeden Fall in der Stadt. Ich weiß nicht, was passiert das in der letzten Runde? Ich hab mir so gedacht, okay, da ist Shen, der ist kein Ninja. Klick ihn die ganze Zeit weg. Auf einmal fällt mir, guck ich so in die App. Scheiße. Shen, es war doch Ninja. Ja, so kann das manchmal kommen. Das ist echt scheiße gewesen, muss ich sagen. Oh, da warte, wir müssen also gucken, was die anderen spielen. Der ist anscheinend nicht da. Der ist nicht da. Irgendwie auch nicht. Oh, Blitzcrank. Oh, ich hasse diesen Kerl, ne? Oh, Blitzcrank, wenn der das falsche Item hat, dann one-hitted der einfach mal. Oh nein, ich hätte sie gebraucht. Ach, scheiße. Was mach ich denn? Und jetzt kommt sie auch noch zweimal, ich heule gleich. Ich hab sie dreimal gehabt. Karo, findest du das auch so lustig wie ich? Hm? Wisst ihr was? Fickt euch. Ich hab nicht einen Ninja gekriegt. Gut so. Läuft echt scheiße. Freut mich. Ich bin voll, voll dafür. Ey. Ja, ja. Wow, das geht schnell. So, ich hoffe, ich krieg einen von euch beiden, um euch den Kopf abzureißen. und den Hals voll zu scheißen. Oh, das ist gereimt. Mhm. Was denn? Ja, ja. Bisschen ekelhaft. Noch lachst du. Noch lach ich. Ja. Noch, noch. Oh nein. Hallo, Baby. Oh, ich bin mit einem, der dabei war die ganze Zeit. Alter. Das hast du nur für Items schon? Ach Quatsch, hab ich gar nicht. Ich brauch schon Items. Du hast doch geschummelt. Ach Quatsch. Aber... Ach Quatsch. Oh, Indy hat auch gewonnen. Mhm. Ich hab zwar in Items, doch für Lulu nicht so viel bringt. Ach guck mal, jetzt ist da so ein ganzer X. Mhm, cool, ne? Da krieg ich langsam immer mehr Informationen bei Teamfight Tactics, das ist ganz geil. Oh, mein nächster... Oh, 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 also, äh, da sag ich ja jetzt nicht nein, ne? Ähm, Darius raus, Blitzcrank rein. Ey, auf den Blitzcrank. Ja, scheiße. Dann mach ich den hier raus, da ist mein... Ich hab jetzt ein Ninja. Das ist Shen. Ja, Leute, falls ihr euch fragt, was ich spielen will, ich hab keine Ahnung. Ich hab schon voll den Plan. Oh, Blitzcrank, man, hau ab mit dem Penner. Oh, ich hab gewonnen. Wir haben ja ganz nett abgeräumt, der Lucien haut jetzt schon richtig Scham raus. Oh, ja, mein nächster Ninja. Läuft ja bei mir. Zwei Ninja hab ich jetzt. Dann setze ich mal ein Kastix raus. Ich hab für gar keinen Schub hier, muss ich sagen. Hopps, vergriffen. Feuern! Ja. Und den brauchen wir nicht. Ach, Quatsch. Ich hab doch keinen auf Level 2. Wo denkt ihr denn hin? Oh, drei Assassins. Der hat auch Blitzcrank. Und er grabbt Lulu, das ist ganz blöd. Ja, das war's für mich dann in der Runde. Wow, okay, den hab ich auch richtig auseinandergenommen. Oh, ich kann mir den... Ich hab verweck den Shen nicht. Merkwürdig. Ach, mein. Merkwürdig. Okay, also der... Okay, also der... Okay, also der... Okay, einer spielt das Klingen meistens. Ah, der hat sich auch gebraucht. Oh, ich bin erster, das ist scheiße. Ich brauch den Zauberstab. Du, Freu. Ja, das ist scheiße. Ich hab nicht den Zauberstab. Mann, dauernd mit der Lucien, du Hund. Beschwer dich jetzt noch. Ich brauch den Zauberstab. Ja, den brauch ich leider auch. Du willst... Da ist aber noch einer. Ja, ich weiß. Dann nehm ich den jetzt. Oder noch nicht. Oder du stehst doch einfach nur rum. Also du... Duftest du denn jetzt mit mir schon? Nein. Weil ich's drauf hab, Schatzi. Weil ich's drauf hab. Nee. Anders für'n Stellen. Oh, krieg ich ihn keinen Chen? Scheiße, da bin ich dann Ninja. Nein! Fuck! Scheiße, auch auf Tostana. Ich brauch die Ninja. Wow, hier ist schon nen... Showguard drinne. Das ist natürlich... Oh, Scheiße, da wäre ein Blitzcrack gewesen. Jetzt schon Akali, Papa. Ach, die 2-Blitzcrack-Taktik, Alter. Was ist er denn für'n Nuke? Wenn wir mal dezent zerreißen müssen. Wir doch auf Nobel bauen, ne? Nobel, Frost. Ich hab immer noch keinen Z. Sieht schlecht aus, glaub ich, für mich. Ach, der ist sogar noch wichtiger. Ich brauch's hier von denen unbegriffen. Bei der 3-Ninja stand auf 1. So. Zweimal Blitzcrack. Na, den hab ich auch kurz zerlegt. Lulu, Ulte. Ja, so kleines Mädchen. Noch kommen wir ganz gut durch hier. Mit 3er Nobel, 3er Revolver, gleich den 4. Revolver. Da geht was. Da geht auf jeden Fall was. Krass, die Nenä rocken ja jetzt schon. Parlem Akali. Oh, du hast jetzt schon Akali gekriegt? Ja, sogar ziemlich früh. War ich auch ziemlich erstaunt. Ich spare jetzt mal. Was machst denn du von hier, Jerome? Schwul? Ja? Warte mal, wie bist denn du jetzt hierher gekommen? Forrest. Warum? Ich bin in der Weih. Ja, und wie schwul denn? Du solltest mich anrufen. Vielleicht solltest du mal... Hab ich! Passt du nicht. Steht bei mir hier nicht. Ich hab keinen Anruf von dir bekommen. Hm. So, komm schon. Ja, perfekt, Alter. Willst du an meinem Fernsehen, äh, Dings gucken? Netflix, damit du kannst dich ein bisschen ausruhen? Hm. Aber kannst du jetzt hier nichts machen? Ist ja auch blöd für dich. Willst du wirklich nicht an meinem Fernsehen? Dann kannst du größer Netflix gucken. Da hast du auch dein Account drauf. Ja, wir machen gerade eine Aufnahme. Kannst du dich kurz muten? Also, ich wollte eigentlich Gestaltenwandler machen, aber da bin ich leider tierisch von weggekommen. Ich überlege, ob ich jetzt einen kleinen Yorde über Freien haue und nicht auf Eiswesen gehen. Sehr gut, Schatz. Da hab ich vergessen, dass wir was aufnehmen. Das hat doch die Ansage vorgemacht. Ja, ich hab vorerst natürlich mit meinem Bruder gesagt gemacht. Ich hab die Ansage gemacht. Oh, das ist Angie. Mich gerade auseinandernehmen. Naja, mit Einsern kann man ja auch nicht wirklich was anfangen. Aber am Ende, am Ende wird... Ach, der hat ja schon ein bisschen was gekriegt, ja. Hey, wir sind die ersten drei. Ja, wie immer, oder? Das ist echt krass, Alter. Wir dürfen nicht zusammenspielen. Ich brauch Noobs. Ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Ich muss jetzt auch... Ich muss ein bisschen Kohle sparen. Hilft alles nichts. Weil die Poppy muss ich eigentlich mitnehmen. Oh, ich kostet nur ein. 20, 10... Ich muss jetzt dreimal durchleveln, damit ich meinen Rang 1 halte. Ich guck mal, wie's läuft. Oh, das ist nicht so schön. Oh, Caro. Hallo, Babe. Oh, Gestaltenwandler. Und Bestie. Und leeren. Hey, du hast mein Luschchen gekillt, Mann. Ich kann einfach gegen nichts ankommen, weil ich einfach Zett nicht kriege. Ja, mir fehlt die Wayne irgendwie. Wayne hab ich nur unten hier drinne gehabt. Ich auch. Ich hab nur zwei. Ey, ich hab nur zwei. Und für die dritte. Ich glaub, ich verzichte auf die Nobelwaffe. Und lass lieber ihn ein bisschen schnattern hier. Und ihn noch als Yordle. Dann verzichte ich auf Frost. Dann spiel ich... Oh, Angie. Oh. Ist der dritte Platz? Oh, sie heilt des Todes. Ich komm einfach gegen nichts an, weil ich keinen einzigen Buff hab. Ich hab jetzt auch nur den Revolver-Buff gerade. Ich krieg's... Oh, Zett. Oh mein Gott. Jetzt komm her. Oh mein Gott, ich weiß, was ich will. Ich kann's aber nicht sagen, weil die Mädels gegen mich arbeiten. Was? Rüschchen. Gar nicht. Nein, ich wollte sie. Ach so, wegen Revolver. Oh, er ist auch dabei. Scheiße, ich muss mich hier echt trennen. Von der Frost-Geschichte. Nee, den brauch ich auch. Oh. Hab ich eh geplant. Ich krieg meine Ninjas einfach nicht vorhin, ne? Ja, Ninjas schon was könnt. Aber ich hab jetzt schon alle Ninjas. Schade, dass ich den Lucian krieg, ich die einfach nicht platt. Gut so. Aber hast du gesehen? Meine Ninjas waren jetzt schon besser. Ja, ja. War schon nicht schlecht, war das. Warte ab, bis wir in den Ninjas oben sind. Schade, jetzt krieg ich aber gar keinen mehr. Mir fehlt noch ein Assassin. Jetzt kommt sie, Alter. Ihr hört mich echt verarschen. Ich glaube, das ist erstmal besser. Oh, den Yorde-Buff behalte ich im Hinterkopf. Oh, nee, nicht schon wieder, Assassin. Hallo, Hasi. Hallo. Wow. Sorry, Baby. Liebe dich. Tschö. Was ist das? Ich hasse Rangas. Revolver. Vierer. Ist ganz gut. Das ist so traurig. Ich krieg einfach meine Assassins nicht vor. Oh, zwei sind schon raus, Leute. Ja, und ich bin letzter. Weil ich kann mich einfach nicht gegen die Assassin an. Wer hat denn hier Assassin? Assassin? Der dritte Platz. Der Rangas ist so krass. Der vernichtet mich. Kann ich bitte bessere Items kriegen? Ach, scheiß doch. Die Wände. Jetzt muss ich ein bisschen risky. Ich hoffe, dass ich die Runde gewinne. Ich habe einen 10er Bonus. Ich habe nicht einmal verloren, seitdem wir spielen. Das soll auch ganz gern so bleiben. Ich muss über 50 Gold kommen, damit ich dann schön immer gucken kann. Erwin kann. Oh, jetzt spiele ich gegen den, gegen den, wo er in dieser Kenntnis hat. Der Rangas, krass, okay. Ja, der ist übel, ne? Mal gucken. Oh, mein Lucien hat ihn. Ja, Rangas down. Ja, ich glaube, ich gelinnere. Ich habe einfach keine Chance. Oh nein, oh nein, der steht gestunt. Oh, ich gehe mir doch nicht. Oder? Komm. Komm. Bam. Bam, habe ihn geschlagen, aber echt knapp. Wow, der hat mir fast mit meinem Boni weggesnackt, Alter. Uh, das war knapp. Jetzt habe ich schon gemerkt, so, uh, jetzt wird es langsam gefährlich. Eigentlich muss ich leveln. Scheiße, das ist ja nicht. Aber es ist zu viel zu leveln. Das ist zu viel zum leveln. Das kann ich eigentlich nicht bringen, Alter. Was ist zu viel zum leveln? Naja, also ich müsste jetzt eigentlich leveln zum nächsten Level. 32. Was haben wir denn? Was sind denn die anderen? Was ist er denn? 6, ich bin auch 6, ich bin auch 6, ich bin auch 6. Ich bin auch 6, ich bin auch 6. Äh, 8er. 6er, mein Gott, 10 lernen, wäre auch normal schick. Also der dritte, der ist hart. Oh, jetzt geht er gegen Aangie. Ich glaube, die schaffen. Oh nein, die Lulu wird gleich zerlegt vom Lucien. Das ist ganz wichtig, sehr schön. Oh, Canon Berlin hat auch geredigt. Oh, ich bin wieder hart fertig gemacht. Oh, das kann eng werden. Oh, die Ulti. Oh, die Ulti hat mich geschlagen. Ich habe dir deinen Buff geklaut. Ja. Warte mal, fick dich! Scheiße, das war nicht so cool für mich. Ja, ich habe gar kein neues Deck bekommen. Ist auch geil. Ich brauche einen Assassin auf dem Platz noch. Brauche ich eigentlich hier nicht. Wenn ich jetzt weiter verliere, muss ich hier auf jeden Fall was machen. Oh, Gestalt nur in 1, 2, 3, 4. Hier. Schatz, bin ich. Ja. Oh, töte Shyvana, weil er... Sollte er es schaffen. Boah, Akali ist so stark. Manch, Han. Aber ich liebe dich. Hm. Wenn er irgendeinen Spacken hier Lucien sammelt... ...die echt Problems... Schatz, oh Mann, warum denn den... Oh, jetzt... Oh, ey, ehrlich? Das ist nicht lustig. Also für euch schon. Mann, und Angie hat mir meinen Buff geklaut. Scheiße. Ich hatte sucht die Kohle. Ich hatte richtig dicke Moneten. Was hat er denn hier? Oh? Ja, ach, er steht mit auf dem Feld. Dann lassen wir ihn mal. Gönnen wir uns mal den kleinen Sheet-Bonus. Auf jeden Fall nicht schaden, ein mehr auf dem Platz zu haben. Boah, ich muss irgendwie Lulu woanders hinstellen. Das ist irgendwie total der scheiß Platz. Oh, Junge, dieser Katharina kotzt mich übelst an. Das Gute ist, ich springe alle auf Blitzcrank. Oh, wow. Das ist wieder der mit den Assassins. Nein, mein Lucien hat's da rissen. Oh, jetzt hat er mich aber auseinandergenommen. Oh, 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 okay. Wir stellen fest, wir müssen jetzt ganz schnell leveln. Selbst mit einem mehr auf dem Platz hat er mich auseinandergenommen. Weil er mich komplett countert, weil ich Articari spiele. Oh, 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 ich habe keinen CC. Ich habe doch gar keinen CC. Aber wenn ich... Ich halte mal, dann kriege ich eh nicht hoch. Ich brauche den letzten Yordle. Ich könnte jetzt durchziehen. Zehnmal sind 40, ich könnte fast durchleveln, Alter. Ich brauche auch noch einen Yordle eigentlich. Fällt mir gerade so ein, so. Ich will nicht gegen dich spielen. Hat der Weiger rausgegrappt? Oh, Mann. Nein! Was ist denn da passiert? Oh Gott, oh, kriegst du auf die Mütze jetzt. Oh, das war übel. Oh, Chaos, war runtergerutscht. Ja. Noch kann ich es mir erlauben, aber langsam muss ich aufhören. Ich habe halt einen fetten Bonus mit dem Leben. Ich kann so ein bisschen abwarten und genießen. Ich brauche aber den nächsten Yordle. Das heißt, ich spare jetzt noch mal ein bisschen Kohle. Oh, mein Gott. Oh, da wäre er. Ein Garen noch, dann ist er in Gold. Irgendwas für Items kommt. Ich hoffe, irgendwas Gutes. Muss hier das Ding gewinnen. Na, eigentlich würde ich das Ding hier gerne gewinnen. Ne, ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Faro muss auch gewinnen. Mann, ich brauche nicht die ganze Goldscheiße. Oh, mein Luschen. Ich gehe kaputt. Das Tana wird es eh nicht. Ich will lieber ein Luschen. Es ist einfach nur ein Witz. Was will man dazu sagen? So, jetzt haben wir aufgelevelt auf 8. Ja, übertreib mal direkt. Ich muss hier gewinnen. Oh, der Assassin-Spieler. Der Aurelion ist übel. Oh, die Katharina ist pervers. Oh, mein Gott. Instant alles tot, Alter. Die Katharina. Was ist denn das für ein Scheiß? Willkommen, als ich gegen sie gespielt habe. Was für eine Fail-Taktik, Alter. Gib jetzt zwei Items. Sie tötet alles alleine. Oh, mein Gott. Ich muss alles auseinanderziehen. Ab jetzt. So, was darf nicht normal passieren. Ich habe aber nur irgendwie keine Tanks. Scheiße. Was spielt der denn für eine Rotze? Also, es ist übelst stark. Gib mir doch die letzte Lulu. Oh, ich hasse dich. Und keine Evelyn. Ich nehme gleich einfach gleich einen anderen Assist rein. Oh, die Katharina, ich hasse sie. Ja. Das war's dann mal mit der Katharina. Oh, mein Gott. Das war's dann mal mit der Katharina. Easy. Oh, alles tötet mich jetzt, Alter. Was ist denn das? Ich bin gleich tot. Caro. Ich glaube, mit uns beiden sieht das echt schlecht aus gerade, Caro, ne? Ja, irgendwie sieht es gar nicht so rosig aus. Ey, ich habe so ein Problem. Ich kriege keine letzten Judo mehr. Scheiße, komm schon. Da ist er. Ich habe voll Angst, dass ich hier sterbe, ne? Okay. Oh, dieser Renga, ich hasse diesen Kitten. Und den sollten wir doch auch mal besiegen, Alter. Okay, ich bin dann schlug für mein Brot. Ich... Oh, selbst sehen schaffe ich nicht. Was ist das? Hä? Wie? Ja, lol, ey. Oh, mein Gott, ich sehe, was ich brauche. Nimm mich ja zu. Nimm mal an, du Fotze. Ich wusste, dass du das willst. Echt? Warst du das? Nein, sie ist ja schon draußen. Na, gut. Wow, papa. Ich bin auch gleich tot. Ich habe sieben Leben. Na, 24. Aber gegen alle Kombos da komme ich irgendwie nicht an. Egal, wie ich es stelle. Ich weiß ja nicht, wen ich als Gegner kriege. Aber diese Katharina zerruppt einfach alles hier. Der Renga, der ist auch... Ich muss das anders stellen, ey. Schwächste. Gib mir doch Lulu. Muss sie zusammenstellen. Krass, was die jordelt ist ja immer noch nicht voll, eigentlich. Scheiße. Das ist mir jetzt zu blöd. Stell ich sogar Gnar auf. Ein Weiger. Da bin ich nicht da. Da wäre sogar mein Gnar. Oh, bitte verreck jetzt nicht. Da ist er. Da ist er. Oh nein, ich habe jetzt nicht sterben. Es hat nicht mal mehr gezählt. Ich habe meinen Weiger auch gerade in Gold gekriegt. Hast du Glück gehabt. Auseinander. Ja. Für wen bin ich denn da? Oh nein, ich schaffe es nicht. Alter. Ey, mach nicht so viel Leben von mir weg. Warum schaffe ich das nicht gegen die? Bitch. Mann, scheiße. Mann, scheiße. Ich kriege nicht mehr Gnar. Ach, kacke. Hör mal nicht rum, ey. Fuck, ey. Ich fand hier voll die Leben. Ich bin jetzt gerade... Oh mein Gott. Es muss einer rausfallen. Aber nicht ich. Ich hoffe, du fliegst zuerst, bevor ich fliege. Ich hoffe nicht. Wenn ich jetzt den komisch Katharina-Typen kriege, bin ich eh raus. Was brauche ich eigentlich? Ach, Mann. Die Katharina ist richtig übel. Ich glaube, ich schicke. Nein, du nicht schicke. Bitte nicht. Ich habe den Assassin-Typen. Oh mein Gott. Ja, und ich habe Katharina. Aber Lulu rettet mir jedes Mal meinen Arsch mit der. Ja, ich habe mich locker. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Oh scheiße, ich habe so Angst. Nein, es sind immer noch nicht alle tot. Oh mein Gott, für Walga. Das Item. Ich stelle noch nicht um. Oh, wenn das Walga jetzt kriegt, dann rasiert der gleich richtig. tatatatatatatatat abgeteilt da wird jetzt gleich richtig wie ein maschine über die ulti fliegen bappappappappappappappapp mann und wenn ich nicht immer noch mit level 1 ich hab bestimmt ein überblättert sich gar nicht gedacht aber egal ich hab sie immer noch verdammt und sie sterben okay die weiger die zockt auf jeden fall so alles auf weiger gesetzt jetzt weiger muss jetzt hier rasieren aber sowas von gewaltig ich nicht da gibt es keine jinx doch das eine hat er das sind jetzt auf zwei spiel gegen sie nein nein das macht mich kaputt kommt die gar nicht raus das ist raus bitte stürzt nicht nein da ich kotz ab behalte an der stelle ich war wieder hundert Punkte gegen diese Kack-Boombs ich bin noch vierter geworden schöner wäre dritter gewesen aber der andere hat leider nicht verloren hast du sogar neun Plus Punkte gekriegt ich verliere wahrscheinlich wieder hundert oh nein ich habe weiter zu sehen gedrückt nee das ist elendlich will ich mir nicht mehr angucken oh man wie viel habe ich verloren 16 Punkte für den fünften verloren naja geht schlimmer scheiße ey es war eigentlich ein ganz geiles Team ich hatte Jordel, ich hatte Nobel, ich hatte Jordel, Nobel und was war das andere Jordel, Nobel, Revolver viermal sogar und irgendwie trotzdem verkackt also ich hatte Ninja, Roboter, Jordel aber diese verdammte Monster-Katharina mit zweimal dem komischen Mana-Item springt rein und ultet wobei die habe ich direkt weggeratzt aber das war ganz schön übler Scheiß ja also erstmal bei den Zuschauern noch verabschieden vielen Dank für das Einschalten wenn es gefallen hat gerne Däumchen nach oben wir sehen uns hoffentlich im nächsten Start von Dapper Dallet Dang äh Dapper Dallet TFT ich habe gerade so viel Dapper Dallet aufgenommen vielen Dank für das Zuschauen und ja Dankeschön an Caro und Angie dass sie mit gespielt haben wir sehen uns haut rein tschau tschüss tschüss tschüss